Sie stehen an dem Punkt, an dem Ihr Projekt Realität werden soll oder Sie es aus Ressourcenengpässen nicht rechtzeitig realisieren können. Ob im Sondermaschinenbau oder in der Produktentwicklung. Überall, wo maßgeschneiderte Lösungen und technische Innovationen entscheidend sind, gibt es eine Vielzahl von Herausforderungen. Hier kommt Zeit der Kennspiel. Wir setzen Ihre Projekte und Produkte unkompliziert um, kümmern uns um Ihre Projekte im Sondermaschinenbau und entwickeln Produkte vom Prototypen bis zur Serienreife. Wir Baxitec denken weiter als andere und verstehen die Herausforderungen unserer Kunden. Durch den gezielten Einsatz unserer Zusatzdienstleistungen und unsere langjährige Erfahrung machen wir den Mehrwert für unsere Kunden aus. Wir kümmern uns um Ihre Herausforderungen im Entwicklungsprozess, während Sie Zeit sparen, Ihre Produktqualität steigern und zugleich Kosten senken. Also wir zeilen uns dadurch aus, dass wir den Kunden von der ersten Idee hin zur Überleitung von den Konzepten bis hin zur finalen Lösung begleiten, dass die Produkte auch wirklich funktionieren. Der Vorteil von Xitec ist, dass wir versuchen, auf die Probleme unserer Kunden schnell einzugehen und schnell zu reagieren. Durch unsere Hilfsmittel, die wir haben, wie zum Beispiel die optische Vermessung, können wir schnell auf diverse Probleme von Kunden eingehen und die erforderten Leistungen umsetzen. Bei uns wird Idee Wirklichkeit. Maßgeschneiderte Lösungen speziell zugeschnitten auf die Herausforderungen Ihrer Branche, um Ihre Projekte schneller, kostengünstiger und professioneller umzusetzen. Xitec – Ihr Partner für Produktentwicklung und Sondermaschinenbau.